Ah, der Präsidentendarsteller. Was können Sie für mich tun? Hören Sie, ich habe herausgefunden, wie ich Molvanien wieder Handlungsspielraum verschaffen kann. Ja, das weiß ich schon. Hier rechts unterschreiben, dann gibt es auch endlich wieder ein bisschen... Nix da. Ich werde nicht unterschreiben, ich werde keine Sparpolitik machen. Wir machen es... Anderer Vorschlag. Wir machen es so, Sie geben mir das Geld einfach so. Wisst ihr was? Weil ich Ihnen nämlich beweisen kann, dass Ihre Haushaltsdefizitzahlen, die mich zwingen, nicht in meine Wirtschaft zu investieren, die sind, die sind ausgedacht. Die sind unseriös. Die sind so unseriös wie Karrenbauers Vorstellung von der Meinungsfreiheit. Jetzt hören Sie mal gut zu. Das sind die... Das sind die Grundregeln der EU. Ja. Und das hier ist der Erfinder der Grundregeln der EU. Guy A.B. Bonjour. Bonjour, Guy. Was will das Klischee? Wenn es... Wenn es Geld ist, sagen Sie ihm non. Erzählen Sie einfach, wie Sie diese Zahlen erfunden haben. Ecoute moi. Es ist kein Großgeschichte. Es war 1981 und ich noch ein kleiner Beamter in Frankreich. Da rief mich Staatspräsident François Mitterrand an und sagte Guy, Guy gib mir eine Zahl für die maximale Staatsverschildung. Und dann haben Sie gesagt, ich habe eine wohldurchdachte, ökonomisch begründete Zahl für dich. Mo? Hätte ich das abendessen nicht geschafft. Nein, ich habe kurz überlegt. Wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt gerade mit 2,6% neu verschildert. Also die Grenze von 1% Merderloch hatten wir verpasst. Vier schien mir ein bisschen hoch. Also habe ich gesagt, François, halt das Maison. Warum nehmen wir nicht drei? Ja, und? Nichts und? Wie? Ohne Theorie? Ohne Theorie? Ohne Begründer? Ach komm, ihr Deutschen, ihr seid so süße Zuckerhasen. Nimm mal Begründer. Liegt ein Defizit bei 3, bist du morgen schuldenfrei. Sehen Sie das? Ihr EU-Stabilitätskriterium schlechthin hat die volkswirtschaftliche Basis einer Bauernregel. Oh, das wäre eine Beleidigung der Bauern. Das ist richtig. Die Zahl ist hochgradig unseriös. Diese Zahl wurde seriös, als die Deutschen sie in den Maastricht-Vertrag geschrieben haben. Ja, aber gut, die 60%, sagen Sie, diese Tatsache, dass ich mich nur 60% meines Bruttoinlandsprodukts verschulden darf, das hat doch eine ganz feste ökonomische Basis. Nein. Wir haben einfach den Durchschnitt genommen von Verschuldung von europäischen Ländern damals und diese Zahl haben wir... Ah, dann an der Sorbonne mit ganz vielen mathematischen Modellen festgeklopft. Nein, einfach in den Vertrag geschrieben, fertig. Ha, ha, ha. Und die 90%, ha? Damit habe ich nichts zu tun. Das war der Amerikaner. Yippie, ja, ja. 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 Amerikaner. Ja. 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 Ich bin ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, wie Sie wahrscheinlich hören. Ich bin der Rogoff Kenneth, und ich habe herausgefunden, dass ab einer Verschuldung von über 90% des Bruttoinlandsproduktes das Wirtschaftswachstum abgewürgt wird. Na, na also, und Sie werden diese Zahl ja auch durchgerechnet haben. Ja. Mehrmals. Sehen Sie? Mehrmals. Ja, aber Sie werden sich ja auch verrechnet haben, ne? Ja. Mehrmals. Sehen Sie? Mehrmals. Sie werden sich doch dann wieder korrigiert haben. Ja. Mehrmals. Ja, aber viel zu spät. Sehen Sie? Und zwar so spät, dass ein Student Ihnen vorrechnen konnte, dass Sie sich verrechnet haben. Ja, es gibt keinen Schwellenwert, wo Staatsausgaben plötzlich gefährlich fürs Wirtschaftswachstum eines Staates werden. Die Zahl ist falsch, und trotzdem haben Sie so viele Leute benutzt. Ja. Der EZB-Chef Trichet, Finanzminister Steinbrück, der Bundesbankchef Weidmann und der Schäuble. Und zwar öfters. Ha! Sie meinen? Mehrmals. Mehrmals. Haben Sie das gehört? Alle drei Zahlen. Puh! Was? Was? Was machen Sie da? Hören Sie? Was soll das? Was sitzen Sie so zynisch da? Ich habe Ihnen gerade bewiesen, dass all Ihre Haushaltsdefizitgrenzen, die sind haltlos. Nicht, wenn sich alle dran halten. Hören Sie? Das sind die EU-Regeln. Irgendwelche Regeln braucht jede Gemeinschaft, nicht wahr? Schöne Gemeinschaft ist das. Nach Regeln spielt die, die keine Grundlage haben. Wissen Sie, was diese Zahlen ausgelöst haben? Eine brutale Sparpolitik. In kleinen Ländern, wie in Irland, haben diese Zahlen ausgelöst durch die Sparpolitik. Die haben den Mindestlohn, haben die gekürzt. Dann haben sie in Griechenland, da haben sie zum Beispiel die Renten gekürzt. Dann haben sie in Spanien die Notaufnahmen von Krankenhäusern geschlossen. Man kann auch sagen, diese Sparpolitik hat Menschenleben gekostet. Wir wollten nur das Beste. Preisstabilität. Sie stellen das Wohl einer Theorie über das Wohl von Menschen. Hören Sie mal zu. Selbst der Internationale Währungsfonds hat sich inzwischen korrigiert. Wir auch. Wir haben unsere Sparpolitik ein bisschen verschärft. Mit dem Fiskalpakt sind jetzt nur noch 0,5 Prozent Neuverschuldung möglich. Wissen Sie was? Ich informiere jetzt das EU-Parlament. Aber ich bitte Sie, das wissen die doch längst. Die haben das doch alles schon scharf verurteilt. Wie, und Sie haben nichts geändert? Dürften Sie sie sonst wählen? Wissen Sie was? Ich gebe auf. Ich gebe auf. Okay, die EU ist nicht so verfasst demokratisch, dass sie Spielräume lässt für Länder, dass sie eine sozialere Wirtschaftspolitik machen. Natürlich! Man bräuchte halt nur eine Zentralbank, die nicht nur für Preisstabilität kämpft, sondern auch gegen Arbeitslosigkeit. Ja, aber er hat gesagt, das wollen die Deutschen nicht. Dann müsste man diese Mickey-Maus-Regeln abschaffen, damit kleinere Länder ihrer Wirtschaft Impulse geben können. Das wollen die Deutschen nicht. Wir könnten einen gemeinsamen europäischen Haushalt machen, aus dem wird dann investiert in Krisenländer, die in der Krise stabilisiert werden. Ja, aber das wollen die Deutschen auch nicht. Der gemeinsame Schuldschein ist für alle billiger. Euro-Bonds. Ein Sprecher der deutschen Regierung sagte heute zur Euro-Bonds wörtlich... Okay, okay, vielleicht machen wir den Deutschen dann ein Angebot, dass sie nicht abschlagen können. Lohnsteigerung. Wie wär's? Die Exporte dadurch verteurern? Ja, dann werden die Exporte weniger in die anderen EU-Länder und dann müssen sich kleine Länder weniger verschulden. Das wollen die Deutschen nicht! Was wollen die Deutschen denn dann? Mehr von diesem Europa? Das ist richtig! Juhu! Und das war die Anstalt heute mit Chris Jochensen, Severin Brötner und Sarah Bosetti! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!